Hallo, mein Name ist Tina Schwarz von der Hundeschule CleverDogs. Ich möchte dir heute ein paar Anfänger-Parcours aus dem Hoopers Agility vorstellen. Voraussetzungen für diese Parcours sind, dass sein Hund das Laufsignal inzwischen kann und das Umrunden von Fässern kann. Für alle diese Parcours brauchst du vier Hubs und zwei Fässer. Außerdem kannst du Tages verwenden, um deinem Hund kleine Zwischenziele zu stecken. Dann wird der Parcours für den Anfang noch ein bisschen leichter. Alle Parcours haben folgendes gemeinsam und zwar muss dein Hund immer nur einen Bogen in eine Richtung laufen und er kommt in der Regel am Ende des Parcours wieder zu dir zurück.